Bei der Planungsphase ist uns natürlich der Entwurf sehr wichtig, als auch, dass wir präzise arbeiten und somit eine gute Qualität liefern können. Und Endscape ermöglicht uns, viel schneller darzustellen, was wir uns wie dem Bauherrn ausgedacht haben. Goldbeck wurde 1969 gegründet seitens Ort in Goldbeck und daraus ist ein jetziges Goldbeck-Unternehmen entstanden mit über 11.000 Angestellten. Wir sind ein sehr vielseitiges Unternehmen, weil wir die ganzen Fachkompetenzen, die zum Bauen dazugehören, in ein Haus bringen und für den Bauherrn als Beratungsdisziplinen bündeln. Auf alle Fälle erstellen wir zukunftsfähige Gebäude einfach schon, weil wir das Gesamtpaket betrachten und von vornherein auch weiterdenken. Wir arbeiten gerne mit Endscape, weil es benutzerfreundlich ist. Das heißt, man kann es sehr schnell beherrschen. Ich würde schon sagen, dass Endscape dabei hilft, den Arbeitsalltag zu erleichtern. Es hilft uns, den Schritt in Richtung Digitalisierung zu tun, da wir einfach die Zeichnungen darstellen können. Das funktioniert super. Durch die schnelle Umsetzung, die wir mit Endscape schaffen können und dann später mit unserer VR-Technologie, bietet uns das viel Flexibilität im Alltag. Wir nutzen es für Visualisierungen, 360-Grad-Bilder und vor allen Dingen auch VR. Uns ist sehr wichtig, dass der Kunde einfach so nah zum Realität seiner Projekte sieht wie möglich. Endscape hat unseren Arbeitsalltag insofern verbessert, dass die Bauherren viel schneller zu einer Entscheidung kommen. Vor allen Dingen bei Bemusterungen sehen sie zum einen das realistische Material in einem kleinen Musterstück und dann nochmal groß. Das hilft den Bauherren enorm, da zu sagen, ja schwarz-weiß-grau-bunt, das wollen wir. Wir nutzen viele Funktionen von Endscape. Wir nutzen die Endscape-Bibliothek, mit der kann ich unsere Entwürfe zum Leben bringen. Ich nutze das nahezu täglich, weil es super schnell geht und die Ergebnisse einfach passen. Goldbeck und Endscape vereint eigentlich der Systemgedanke, dass wir funktional unterwegs sind und schnelle Ergebnisse liefern können. Endscape ist super einfach im Handling. Wir sind schneller unterwegs. Endscape verbessert die Kommunikation mit dem Kunden, weil wir eben über Bilder sprechen können. Und vor allen Dingen kann der Bauherr auch sein Gebäude mal ausprobieren, bevor er es bei uns kauft.